Ich grüße euch zu einem neuen Video. Das ist jetzt der zweite Teil von dem ersten Video, was ich jetzt da oben einblende. Da habe ich ja leider feststellen müssen, dass das GPS-Tacho, was ich in den Star eingebaut habe, nicht so schön ablesbar ist von der Funktion, was in diesem Video auch noch kommt. Werde ich dann auch heute erst darauf eingehen. Ich wollte es eigentlich im letzten Video, aber wenn man nichts lesen kann von dem Tacho, macht es sich auch schlecht, wenn die Sonne die ganze Zeit scheint. Aber ich will nicht über das Gute Wetter reden, sondern jetzt über dieses neue Gerät. Das ist von VDO, der M7 GPS. Den habe ich mir jetzt noch dazu bestellt, damit ich sehe, wie schnell ich fahre. Wird so geliefert. Ich habe ihn schon angemacht. Also nicht wundern, warum der jetzt an ist. Er ist an. So. Dann haben wir jetzt noch einen Halter für Lenker, Kabelbinder und Kabel und eine Bedienungsanleitung, worauf ich jetzt nicht eingehe. Ja, das ist das Gerät, um was es sich jetzt handelt. Zuerst baue ich aber jetzt den Halter ans Moped und dann, ja, eigentlich geht es ja nur schon ans Testen. Vorstellen brauche ich das hier nicht. Dafür gibt es andere Videos. Dafür bin ich auch nicht da. Ja, denn geht es jetzt los. Bis gleich. Ja, so sieht das jetzt aus. Also nicht dieser Riesenhaufen hier, sondern so sieht es jetzt aus auf dem Display. Ihr seht schon, also die Lampe, die knallt da wirklich rein, aber man kann es ablesen. Auf jeden Fall schon viel, viel besser ablesbar als das da vorne. Dann setze ich jetzt meinen Helm auf und dann fahre ich mal eine Runde mit euch. Ich mache hier noch mein Handy rein mit der GPS, also mit das, was siehst du, stellt sich schon automatisch ab, wenn nichts passiert. Äh, ja, dann stecke ich noch mein Handy rein mit der GPS Speedometer App. Also das heißt Speedometer GPS. Äh, und dann vergleichen wir einfach mal dreimal GPS, ob da Unterschiede gibt. Okay, gut, denn, ab jeder. So, jetzt geht es los. Er hat noch keinen GPS. Er, glaube ich, hat schon lange GPS, das ist ja auch Handy. Jetzt mache ich den dann, ich sehe nicht, ob er an. Oh Mann, er ist da traurig. Und das ist hier dunkel drin. So, dann schiebe ich mal raus und gucke, ob er ein GPS findet. So, er hat jetzt ein GPS gefunden. Er sucht immer noch. Lassen wir mal suchen. Also, jetzt vergleichen wir mal auf der Strecke. Oh, ich hätte Handschuhe anziehen sollen, das ist doch ein bisschen frisch. So, jetzt vergleichen wir mal. Hier könnt ihr die Geschwindigkeit ablesen vom Handy. Das ist klar da. Und da muss ich mich nach vorne beugen, damit ihr auch irgendwas seht. Ja, dann müssen wir mal einen kleinen Durchschnittswert sehen. Ich muss dann auch die Geschwindigkeit halten. Und dann geht's los. So, dann machen wir mal Karo, kommen jetzt 30 kmh. Kann ja nicht sein. Dafür hier fahren wir auch. Das sind ungefähr 30,29 kmh. Ab. Also, die beiden sind es ungefähr gleich. Und jetzt gucke ich mal nach vorne. Da fahren wir hoch 31, ja, das schwankt ja schön. Ja, das ist ungefähr mal gleich. Also, bloß, ihr seht, ich muss mich wirklich nach vorne beugen. Und das ist jetzt immer noch schwer abzulesen. Also, das ist, ja, ich weiß nicht so was, was gut sein soll. Aber hier, der ist schon fertig. Der ist auch schon auf Null. Und der ist immer noch, der zieht immer noch hinterher. Achso, ich hab jetzt Warm-Bling-Anlage. Ohne Witz. Ich hab Warm-Bling-Anlage. Ich hab jetzt noch die Temperatur hier. Das, dass wir jetzt, äh, ca. 30 kmh im Fahrt haben. Oh, ein schöner Gimmick, wenn man einen Thermometer hat. Finde ich. Oder hier in Uhrzeit. Ist auch immer schön, wenn man weiß, wie schwedelt es ist. Wie viel Zeit man auch hat. Ja, ob man jetzt, äh, langsamer fahren kann. Oder doch mehr auf Gas hier. Was hat man noch? Dann hab ich hier noch ein Navi vom Startpunkt. Also, das Fahrrad hinter mir. Ah, die Quatsch. Der Startpunkt ist aus China. Echt jetzt? Der Startpunkt ist aus China. 6,000, fast über 6,000 km. Also fast 6,000 km, Tobi. Scheiße. Oh, das hatte ich wundert nicht. So, ich bin heute schon 3,8 km. Äh, 3,8 km gefahren. Ja, und die Fahrzeit sind 5 Minuten. 24 km. So, durchschnittliche Schwindigkeit. 23,22 km. Ja, die lasse mir noch vorbei. So, dann habe ich noch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das könnt ihr jetzt auch nicht alles lesen. Außer ich bin zu weit weg. Also, ihr könnt es super lesen. Maximal Schwindigkeit waren die 50, also 57, äh, quasi 57 kmh. Dann switche ich mal von der Kamera auf diese Kamera. Ja, auf der Kamera geht es dann jetzt weiter. Ähm, ich werde jetzt nur ein kleines Zwischenfazit machen, wie ich das finde. Das finde ich ein bisschen nervig mit dem GPS, dass er immer wieder ein Training starten möchte. Weil die kleinste Bewegung denkt er, oh, soll ich jetzt starten oder nicht? Äh, dann habe ich maximal 60 kmh. Hier habe ich 59, oh, das kann man ja nicht so wirklich lesen. Hier habe ich 59,8. Äh, und dann, ja, Temperatur habe ich noch, Uhrzeit. Und dann dieser Gimmick wirklich, fand ich echt lustig, wo das erste Mal das, äh, gestartet wurde. Weil ich habe es ja nicht gestartet. Äh, das ist die, die Navigation, also, naja, was heißt Navigation? Also, äh, er merkt sich den Startpunkt, rechnet dann aus wie viel Luftlinie. Und dann kann man, wenn man grob sich verfahren hat, äh, mit den Pfeilen, und dann zeigt er dir auch an, wie viele Kilometer und so. Aber wirklich grob, äh, wo man langfahren muss, damit du wieder nach Hause kommst. Ja, und hier, wenn ich jetzt zum Beispiel nach China will, müsste ich jetzt in 5.161 km fahren. Ja, und dann hätte ich, könnte ich das Ding reklamieren oder sonst irgendwas. Das Tacho wirklich da oben, jetzt kann man es, kann man es, ich weiß nicht, ich sehe es nicht, ja, jetzt kann man es leicht ablesen, aber draußen keine Chance. Echt, draußen ist null Chance. Ja, dann kann ich jetzt das hier abbauen. Das ist ja nur, wenn ich mich wirklich navigieren lassen möchte. Ich habe schon, äh, einen Kommentar unter meinem letzten Video, also Teil 1 von dem GPS-Tacho. Da wurde mir gesagt, vom COSO, gibt es ein Schönheit, wo, was du dann an eine Wape, an den Regler ran baust. Warmenregler, glaube ich, oder Zünd, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, kannst du den ran bauen und dann hast du ein analoges Tacho. Drehzahlmesser ist, glaube ich, dann auch noch integriert. Das nimmt er vom, äh, vom Zündkabel. Vielleicht kann mich jetzt einer aufklären in den Kommentaren. Abnehmen ist auch einfach, einfach ein bisschen zur Seite drehen und dann hast du eine Hand. Und dann kannst du ihn hier hinten, kannst du ihn aufladen mit einem Micro-USB-Kabel. Ja, aber der Akku ist jetzt voll. Jetzt kommt er wieder ran. So, zack. Fertig. Er hat jetzt wieder eine Bewegung wahrgenommen, deswegen denkt er, es geht los. Aber, geht nicht los, es ist jetzt Feierabend. Also, macht's gut. Danke für's und anschauen. Ich hoffe, ihr schneidet jetzt einigermaßen gut und nicht so viel Lava drinne. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mögt. Gut, ähm, jo, dann, Ahoi Brause, euer Skorpel, bis zum nächsten Video, ciao. Bis zum nächsten Mal.